Hallöchen! Hi! Wir haben wieder hohen Besuch. Magst du kurz erzählen, wer du bist und was du hier so treibst? Ja, ich bin Ella Cinderella und ich mache ja bei der Tattoo Queen Bar mit, dieses Jahr. Und ist das spontan gewesen? Ich habe ja heute mit der Queen Mom schon gesprochen. Ja. Ist das spontan oder ist das schon länger geplant, sag ich mal? Ne, ich war letztes Jahr schon hier und ich wünsche mir so sehr nach New York zu fliegen, dass ich dieses Jahr einfach wieder da bin. Ach so, das geht also, dass man nochmal ein paar Teile. Ja, na klar, ja. Cool. Ja, da sind mehrere dabei, die letztes Jahr schon da waren, ja. Und wie viele bist du letztes Jahr geworden? Ich weiß nur, dass sie unter den Top Ten waren. Und dann sagen die es nicht. Und weiter weiß ich es nicht, nein. Und findest du, dass es anders ist als letztes Jahr? Also gibt es irgendwelche Unterschiede oder ist es eigentlich sehr ähnlich oder ist es für dich einfacher oder etwas weniger aufregend, weil du jetzt das schon ein bisschen kennengelernt hast? Natürlich ist es noch aufregend, aber ich muss sagen, ich fühle mich wohler. Aber ich kenne die Conventions schon, ich weiß schon wie alles abläuft, so wann passiert was. Und viele Gesichter erkennt man jetzt schon auch, weil zwischendurch ja schon wieder andere Conventions waren und wo man so, es ist ja ein bisschen familiärer geworden, ne? Schon. Man fühlt sich ein bisschen so wie zu Hause. Ja. Ja, das ist doch toll. Und wann hast du denn, also letztes Jahr bei der Wahl mitgemacht? Hauptsächlich halt wegen New York, ne? Ja. Hast du vorher auch schon mal anderen Wahlen mitgemacht? Ja. Ich bin Miss Tattoo Niedersachsen 2015. Ja. Danke. Danke, danke. Ja, ist ja schon eine Weile her. Ja, dann war ich bei der letzten Tattoo Starlet Wahl auch dabei. Ähm, was habe ich noch gemacht? Hab ich noch was gemacht? Überleg genug. Ja, das letzte Jahr hier und jetzt wieder hier, ja. Ja. Und hast du eine Favoritin? Musst ja keinen Namen sagen, aber. Äh, schon. Ja. Ja, ja. Ich glaube, jeder hat so seine Platz 1 bis 3 schon so, wie man so sieht, ne? Aber jeder sieht auch wen anders. Also wir haben uns ja schon ein bisschen untereinander unterhalten und da gibt's schon Unterschiede. Also es bleibt einfach spannend, ne? Ja. Ich hab auch gerade eure Queen Mom. Ja. Die ist cool. Ja, die ist mega cool. Ja, ich mag die auch ganz gerne. Das lustige ist, ich hab, äh, ich hab die, äh, heute schon, äh, schon getroffen. Mhm. Und, ähm, die hat mir dann halt erzählt, dass die euch halt die, äh, die ganze Zeit irgendwie so betüttelt und auf euch aufpasst und euch Tipps gibt. Und die hab ich auch gefragt, ob die ihr Favoriten hat. Und sie meinte so, zwei oder drei hat sie. Aber die hat natürlich auch keinen Namen. Ja, ja. Weil das hab ich natürlich, ne? Ich will ja jetzt nicht hier irgendwie was spoilern oder sonst was. Ja, ja. Aber ich muss mir unbedingt gleich mal so einen Lauf angucken. Ich war ja die ganze Zeit hier gefangen. Mhm. Ähm, was kommt denn als nächstes? Äh, der elegante Lauf. Und da? Hast du richtig Abendkleid und alles volle Kanne, oder? Das kleine, schwarze, ja. Ja, ja. Mit hohen Schuhen, oder? Ja. Jeden Lauf mach ich mit hohen Schuhen. Ja. Und, äh, aber du bist relativ groß. Ja. Aber läufst du auch privat oft auf hohen Schuhen? Äh, am Wochenende schon öfter, ja. Zu den Shootings vor allem, ne? Dort immer. Es macht halt einfach einen schlanken Fuß. Das sieht einfach schöner aus. Ist so. Ja. Aber ich würde damit überhaupt nicht elegant aussehen. Aber darum geht's ja auch nicht. Ich mach ja auch nicht mit. Ähm, wann hast du denn angefangen mit diesen ganzen, ich sag mal, ja, wo Tattoo-Models heißt ja nochmal so Tattoo-Model-Geschichten. Also ich glaube, so mit diesem ganzen Model-Kram habe ich so vor drei Jahren ungefähr. Und dann hatte man hier mal da, ne, so alle paar Monate mal ein Shooting irgendwie. Ist, äh, gerade im letzten Jahr und dieses Jahr auch sehr viel intensiver geworden. Und, ja, Tattoos sind immer mehr geworden. Also ganz am Anfang 2015 auch bis hin, da hatte ich noch gar nicht so viel, ne? Ja. Und ich bin noch lange nicht fertig, also. Jaja, wer ist das schon, ne? Wann hast du denn dein erstes Setto gehabt? Ähm, mit 19. Also so vor sieben Jahren ungefähr kam mein erstes. Und was war das? Das waren hier, ähm, nur die Schmetterlinge und die Blumen mit dieser grünen Ranke. Und mehr nicht. Also hier, das ist so ein bisschen. Und hast du gedacht, das bleibt dein einziges, oder war direkt klar, das kommt mehr? Also, da kam eine ganze Weile gar nichts. Das war eigentlich nicht so geplant. Und dann hatte ich irgendwann die nächste Idee, ne? Hat mir natürlich Zeit gelassen, darüber nachzudenken. Ja. Und dann irgendwie weiß ich auch nicht. Dann kam so eins zum anderen und noch eins und ja. Ich werd nicht fertig. Wie das so ist, ne? Irgendwie. Ja. Ich fuhr grad so ein bisschen rum. Ja. Hier ist... Meine Elf. Eine Elf. Ja. Hast du, ähm, nicht ein Motto, aber, ähm, hast du eine bestimmte Art von, äh, Aussagen, die du auf deiner Haut verewigst? Oder ist das eher frei? Ähm, also, wie man ja sieht, ich hab viele, ähm, viele Blumen, viele Tiere. Also, auch so meine eigenen, hier und hier, ähm, mag ich eigentlich, also, einfach super gerne. Ich hab aber auch so ein paar Sachen, die mir wirklich was bedeuten. Vieles ist aber auch einfach nur Kunst, sag ich halt, ne? Ja. Also, die Kunst an sich ist halt auch einfach, was mir gefällt, ne? Weißt du denn schon, was es als nächstes gibt? Äh, ja, jein, jein. Also, mein Bein ist noch nicht so fertig, das ist halt noch ein bisschen leer für mich und hier an der Seite, aber es steht noch nicht so hundertprozentig, wo es jetzt weitergeht. Also, brauch alles noch ein bisschen. Hast du denn einen bestimmten Tätowierer, wo du immer wieder hingehst oder wechselst du auch ein bisschen? Ja, also, ich hab auch, ähm, so zwei, drei Convention-Tattoos, ne, die so relativ spontan waren, ähm, aber die meisten, da geh ich immer zu demselben, ne, oder zu zweien, das sind halt Kollegen bei uns in Wolfsburg, ja. Meinst du bei der Wahl jetzt, dass da eher die Tattoo-Szenen oder eher so das Sonstige auftreten oder das Gesicht, der Körper oder was meinst du, äh, was da am wichtigsten ist? Also, äh, ich denke, am allerwichtigsten ist so die Ausstrahlung, wie sicher du so auf der Bühne wirkst, wie du dich gibst halt, ne? Und natürlich auch die Tattoos, ne, und so das Allgemeine, aber ich glaube, das, äh, allgemeine Auftreten und die Ausstrahlung sind da schon im Fokus, doch. Wie läuft denn so ein Lauf ab? Also, ihr habt dann ein bestimmtes Outfit an, Bikini, Abendmutter und so weiter, ähm, und dann geht ihr einfach einmal hin und einmal zurück und zeigt die Tattoos, oder, wie gesagt, ich musste mir gleich mal angucken, komm. Ja, ja, so ungefähr. Also, du gehst auf die Bühne, zeigst dich so ein bisschen dem Publikum, ne, da ist auch so ein Typ mit einer Kamera, da kannst du da mal reinlächeln und, äh, wenn du dran denkst, vergisst man in der Aufregung schnell mal, ähm, ja, zeigt sich der Jury, dann nochmal eine Runde vom Publikum und dann reihen wir uns da alle so auf. Am Ende gehen wir dann nochmal so eine Runde, dass nochmal alle schauen können und dann war's das. Cool, dann bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht heute. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Ähm, möchtest du am Ende noch was Bestimmtes sagen? Hab ich was vergessen zu fragen? Möchtest du ein Schlusswort haben? Oder bist du komplett zufrieden mit allem, was gesagt wurde? Nein, ich bin ganz zufrieden. Vielen Dank. Das war keine Fangfrage, das war eigentlich immer am Ende damit, dass ich sage, ja, ich wollte noch was erzählen. Ne, alles gut. Okay, dann vielen Dank fürs Interview und viel Erfolg weiter. Dankeschön. Dankeschön.